Hey, ich möchte die Lösung hören. Hallo, ich rede mit dir. Fritzchen, was machst du da? Was denn? Ich wiederhole mich jeden Tag. Du sollst aufhören zu zeichnen und dich am Unterricht beteiligen. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte nur ein großer Künstler werden, wenn ich älter werde. Pfff, dir ist schon bewusst, du musst gut zeichnen, damit die Leute das auch kaufen? Also pack das weg und konzentrier dich. Loser. Wow, ist das Stück von ihm? Ja, ist es. In meiner Wohnung ist noch eine einzige Wand frei. Dieses Bild würde perfekt passen. Ich kaufe das. Wirklich? Das überrascht mich jetzt ein wenig. Wieso das denn? Weil ich dachte, die Bilder müssen gut sein, damit die Leute es kaufen. Ja, drinkin' dope.